Das ist die deutsche Leichtathletin Malaika Mihambo, die hat bei der Weltmeisterschaft, die ja jetzt gerade war, Leichtathletik-Weltmeisterschaft, im Weitsprung einen riesig Supersprung gelegt und hat Golderrungen, hat das gewonnen, weil sie wirklich eindeutig richtig am weitesten gesprungen ist. Und bei so einer Meisterschaft, da gibt es Sieger, es gibt mehrere Besiegte und es gibt Leute, viele Mitsieger, die mitfeiern und triumphieren. In diesem Fall ist die Weitspringerin die Siegerin, dann gab es diverse andere Leichtathletinnen, die nicht ganz so weit gesprungen sind, die waren die Besiegten und es gab ihre Teamkolleginnen, Trainer, die mitgesiegt haben. Und weil es eine Weltmeisterschaft war, gab es außerdem die deutsche Nation, die sagen konnte, Deutschland hat wieder eine Goldmedaille gewonnen. Unter diesem Gesichtspunkt, dass es Sieger gibt, Besiegte Unmitsiegende, möchte ich mit euch in einen Bibeltext schauen, in einem Kolosserbrief und ich lese euch Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Ihr wurdet zusammen mit ihm, mit Christus, begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Schauen wir als erstes Mal auf die Sieger. Der Sieger ist in diesem Fall Gott. Durch Christus hat Gott einen triumphalen Sieg errungen. Denn, ihr müsst es euch vorstellen, er hat in Christus die Macht von Sünde und Tod gebrochen. Sünde und Tod sind besiegt. Und ebenso alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten. Diesen Sieg feiern wir jeden Sonntag in unseren Gottesdiensten. Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Das Grab war leer, weil Christus lebendig ist und den Tod besiegt hat. An diesem Sieg ist eine große Besonderheit für uns Menschen, weil wenn wir an das Siegen denken, also Thema Siegen in unserer Welt, da haben wir gelernt, Siegen tun die, die besser sind, die schneller sind, die geschickter sind, die kompetenter sind, die leistungsstarken sind die Sieger. Das Siegen gehört den Stärkeren. Und denen gebührt dann ein Siegeskranz. Die bekommen einen Siegeskranz ausgehändigt, aufgesetzt. Und bei Jesus, da war das ganz anders. Der hing schwach und leidend am Kreuz. Dort am Kreuz hat er einfach ausgeharrt. Er hat ausgeharrt und darauf gewartet, dass er stirbt. Und er hat keinen Siegeskranz aufs Hauptgesetz bekommen, sondern eine Dornenkrone. Christus hat auf seine göttliche Macht verzichtet und hat alles losgelassen. Selbstlos hat er auf alle Stärke verzichtet, die er hat. Und das widerspricht komplett unseren Vorstellungen. Erst recht, wenn es um das Thema Kämpfen und Siegen geht. Verzichten und loslassen, wenn ich im Kampf bin? Wie blöd muss man sein, im Kampf unter seinen Möglichkeiten zu bleiben und auf Ansprüche zu verzichten? Wie kann das sein, dass man auf Macht, die man hat, dass man darauf verzichtet? Wir sind begeistert von den starken Leistungsträgern. Wir sind begeistert von denen, die auf das erhöhte Treppchen kommen. Wir jubeln ihnen zu und würden auch gern auf dem erhöhten Treppchen stehen. Wir möchten gerne die sein, die geehrt und gekrönt werden. Und für uns, das haben wir gelernt, bedeutet Schwäche Gefahr. Das ist eine Bedrohung, wenn man machtlos ist. Es ist bedrohlich und wird uns niemals zum Siegen bringen. Aber Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Er ist den Weg des Verzichtens gegangen. Er ging diesen Weg, weil er ein ganz klares Ziel vor Augen hatte, was er erreichen möchte. Ihm lag nichts, überhaupt nichts an seiner Ehre und an seiner Macht, sondern ihm ging es allein um deinen Sieg. Er wollte für dich in der Situation siegen. Jesus wollte für uns diesen Sieg erringen, weil klar ist, dass wir selbst diesen Sieg niemals erringen können. Wir hätten es niemals schaffen können. Wir sind nicht in der Lage, den Kampf gegen Sünde, Tod und böse Mächte aus uns heraus zu gewinnen. Und dabei ist es egal, wie kompetent und leistungsfähig wir sind. Eigentlich kann man sogar sagen, je stärker und begabter wir sind, umso schwerer haben wir es zu begreifen, dass Gott alles für uns tun musste, dass wir auf diesen Jesus Christus angewiesen sind, das ohne ihn nicht erreichen können. Es ist sogar so, dass je stärker wir sind, je begabter wir sind, umso schwieriger haben wir es anzuerkennen, dass Gott alles für uns tun musste. Wenn wir uns selbst als die Starken erleben, ist es schwer einzusehen, dass an der Stelle wir auf jemanden angewiesen sind. Jesus erklärt es uns, indem er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht erlangen. Denkt mal an Kinder. Kinder sind immer wieder abhängig, sind immer wieder die Schwächeren. Und sie sind immer wieder auf Hilfe angewiesen. Kinder wissen, was es bedeutet, auf Hilfe angewiesen zu sein. Während für uns die, die wir es gewohnt sind zu siegen, ist es schwer zu sagen, ja, da hat ein anderer für mich gesiegt. Es ist aber auch genauso schwer anzunehmen für die, die gelernt haben, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich mir das selbst erkämpfen, weil sonst keiner für mich kämpft. Dann haben wir noch die, die sich eigentlich nichts schenken lassen wollen. Die haben es auch nicht so leicht. Und schwach sein mag keiner, für die ist es auch schwierig. Sprich, für uns hier in Deutschland ist es für viele sehr, sehr schwierig, für sich anzunehmen. Ich kann es nicht aus mir heraus. Ich bin angewiesen auf diesen einen, der für mich den Sieg erkämpft und erstreitet. Jesus Christus ist der Sieger und durch sein Opfer hat er für uns Tod, Sünde und die bösen Mächte besiegt. Und damit komme ich mit euch zum zweiten Punkt, in dem es um die Besiegten geht. Der Kolosserbrief will uns daran erinnern, darauf aufmerksam machen, dass wir in Christus mit auferweckt worden sind. Er ist auferweckt und durch Christus und in Christus werden wir und sind wir auch mit auferweckt. Gott hat die Macht des Todes besiegt. Der Tod ist gescheitert. Er ist an Jesus Christus gescheitert, denn der ist nicht im Grab geblieben. Und wir, die wir in Christus sind, werden auch nicht im Grab bleiben. Auch an uns scheitert der Tod. Der Tod ist der Feind allen Lebens. Er macht endgültig kaputt, was Gott so gut geschaffen hat. Und dieses Thema Endgültigkeit, dieses nie wieder, macht für uns diesen Tod so grauenhaft und so schwer. Nie wieder mit der verstorbenen Person sprechen zu können. Nie wieder mit dieser verstorbenen Person unterwegs zu sein, etwas zu erleben, gemeinsam zu essen. Nie wieder. Diese Endgültigkeit des Todes ist so grauenhaft für uns. Und dabei müssen wir festhalten, dass die Zerstörungskraft des Todes schon hier beginnt, wenn Menschen sich von Gott trennen. Wer sich außerhalb von Gottes Lebensbereich befindet, ist schon im Machtbereich des Todes angekommen. Gott in seiner Nähe ist die Quelle des Lebens. Bei ihm ist Leben. Und wer diese Beziehung unterbricht und in den Bereich des Todes geht, erlebt hier und heute schon, was Hölle bedeutet. Denn in diesem gottfernen Bereich kommen wir dahin, dass wir denken, wir müssten oder könnten Gott selbst sein. Wir sind Herr über unserem Leben. Wir können es selbst erreichen. Und das ist die eigentliche Sünde. Der Mensch, der denkt, er schafft es ohne Gott. Er braucht Gott nicht. Er will Gott nicht. Und dieser Mensch ohne Gott, der kämpft für sich. Der kämpft um Lebenssinn, der kämpft um Anerkennung, der kämpft um Freude und um Hoffnung. Und muss dabei feststellen, dass er es letztlich niemals erreichen kann. Dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. Er wird nicht als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Aber Gott wollte, dass wir Sieger sind und dass wir nicht von der Endgültigkeit des Todes gefressen werden. Und deshalb hat er in Jesus Sünde, Tod und Mächte besiegt und hat gesagt, ich kämpfe für euch und ich besiege diese Finsternis. Leider merken wir einfach in unserem alltäglichen Leben, dass Tod, Sünde und diese gottfeindlichen Mächte, dass es die immer noch gibt. Dass die immer noch wieder auf unser Leben einwirken. Diese Besiegten sind noch vorhanden, aber sie haben nicht die Oberhand. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, ja, wir sind die Menschen, die noch sterben müssen. Der Tod spricht noch in unser Leben herein. Aber der Tod hat seine Endgültigkeit verloren. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und wir werden nicht im Grab bleiben. Sondern wir werden auferstehen. Gott lässt uns den Tod zwar schmecken, aber gibt uns ihm nicht preis. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und ebenso ist es mit den gottfeindlichen Mächten und der Sünde. Der Teufel versucht immer wieder in unser Leben reinzugrätschen und uns zu überlisten. Aber Christus hat ein für alle Mal gezeigt, dass seine Macht gebrochen ist. Dass letztlich diese ganzen gottfeindlichen Mächte ohnmächtig sind. Ihre Ohnmacht wurde ganz klar von Jesus dargestellt. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, damit wir in seine Macht hineinkommen können. Dass wir durch seine Kraft in diesen Alltagskampf hineingehen können. Und es ist so, unser Leben ist immer noch voller Kämpfen, voller Kampf. Und wir tun gut daran, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wenn wir den Panzer der Gerechtigkeit anziehen. Das Schild des Glaubens. Und den Helm des Heils aufsetzen. Weil wir gerüstet sein wollen in Christus. Für diesen Kampf, der in unserem Leben und der um uns herum herrscht. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, dass wir besiegt werden. Und dass die Finsternis die Obermacht hat. Denn Christus hat ein für alle Mal für Sieg gesorgt. Es ist vollbracht. Und es ist für uns geschehen. Und wir dürfen für uns wissen. Und wenn ich sündige, dann ist diese Sünde nicht das endgültige Aus meines Lebens. Sondern da ist ein Herr, der mir vergibt. Und mir ist die Vergebung sicher, Tag für Tag neu. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Ja, wir müssen heute noch mit den bitteren Folgen von Sünde und Tod klarkommen und leben. Aber die eigentliche Schlacht ist geschlagen. Und der Sieg gehört uns. Und damit der dritte Punkt. Wir sind Mitsieger. Durch Jesus sind wir vor Gott gerechtfertigt. Wir sind gerecht gesprochen. Und unsere Sünden, unsere Verfehlungen sind nirgends mehr archiviert und aufgeschrieben. Sondern der Schuldschein ist vernichtig erklärt. Und wir sitzen hier mit reiner Weste. Vor Gott sind wir mit reiner Weste. Und da zeigt sich, dass dieser Mitsieg, den Christus uns schenkt, größer ist als dieser Mitsieg bei einem sportlichen Wettkampf. Bei einem sportlichen Wettkampf gehört letztlich die Goldmedaille dem Athleten, der Athletin, der sie errungen hat, der sie erkämpft hat. Es ist seine Goldmedaille. Aber bei Jesus Sieg ist es anders. Er schenkt uns Anteil an seinem Sieg. Er macht uns zu Nutznießern seines Sieges und seines Siegespreises. Und im Klartext, letztlich ist er in diesen Kampf überhaupt nur für uns hineingegangen. Er hat diesen Sieg einfach nur für uns errungen und nicht für sich selbst. Für sich selbst hätte er es überhaupt nicht nötig gehabt. Und deshalb dürfen wir sagen, es ist mein Sieg. Es ist mein Sieg über Sünde und Tod. Ich bin Sieger, ich bin Siegerin. Und wie groß dieser Siegespreis ist, den wir da bekommen haben, ich glaube oder ich bin mir sicher, das werden wir erst am Ende der Zeit wirklich verstehen und erkennen können, was für einen Hammer Siegespreis wir da bekommen haben. Bis dahin möchte ich uns aber ermutigen, dass uns immer wieder bewusst wird, wir stehen auf der Seite des Siegers. Ich habe meiner Tochter vom Predigthema erzählt und da meinte sie, es ist toll, auf der Seite des Siegers zu stehen. Und das kennt jeder von uns. Wir stehen lieber auf der richtigen Seite, bei denen, die die Guten sind und die gesiegt haben, als auf der Seite der Loser. Und dass wir das für unseren Alltag in Anspruch nehmen, über meinem Leben steht ein triumphaler Sieg und der prägt mein Leben. Ich lade euch ein, ich lade mich ein, dass wir als Sieger leben. Und wenn es euch hilft, nehmt eine Medaille. Ich bin jemand, mir hilft es immer, wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sagen kann, es stimmt. Wir können als Sieger leben, weil Christus für uns gesiegt hat. Und Jesus hat uns außerdem ein Zeichen geschenkt. Ein Zeichen, in dem wir wahrnehmen können, dass wir zu den Siegern gehören. Und zwar ist das die Taufe. Im Kolosser Text heißt es, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Die Taufe ist das große Zeichen, in dem wir uns als Sieger erleben dürfen. Die Taufe ist der Moment, in dem wir erleben dürfen, erkennen dürfen und feiern dürfen, dass wir Sieger sind. Christus hat für mich gesiegt und ich darf ewig leben. Das ist unser Sieg. Und wir werden am 24. November hier Taufe feiern. Dann wird da vorne das Taufbecken geöffnet sein. Und wer denkt, das ist jetzt dran für mich, das ist der nächste Schritt in meinem Glaubensleben, der ist herzlich eingeladen, kommt auf Thomas oder mich zu, unterhaltet euch mit uns. Lasst euch dieses Zeichen nicht entgehen, dass Jesus uns spüren lässt. Ja, du bist mit mir begraben und du bist mit mir auferweckt worden und du stehst im Sieg. Da ich weiß, dass man während der Predigt manchmal mit den Gedanken abschweift, möchte ich euch jetzt am Schluss drei Kernsätze mitgeben und wünsche euch, dass ihr sie mitnehmt in die nächste Woche. Und zwar erstens, Jesus ist der Sieger, der für uns geopfert wurde. Und zweitens, Tod, Sünde und Teufel sind endgültig besiegt, egal wie oft sie uns in die Suppe spucken. Und drittens, wir sind Mitsieger, die das Leben feiern können. Amen. Amen.